Rote Rosen, Ralf will mit Carla zusammenziehen, doch dann bereut er seine Entscheidung. Lüneburg, wird er die richtige Entscheidung treffen? In der ARD-Telenovela Rote Rosen beherzigt Ralf, gespielt von Hardy Krüger Jr. 55, die Worte seines Sohnes Marvin, Maurice Pawewski, 25. Wie man in der Vorschau sehen kann, ändert Ralf seine Meinung, denn er will Carla, Maria Fox, 48, auf keinen Fall verlieren. Zu ihrer Freude sind die Tage der Ausreden vorbei und er ist bereit, bei ihr einzuziehen. Doch plötzlich plagen Ralf erneut Gefühle für Annette, Sarah Masuki, 45. Simon, Tore Lütje, 30, und Delay, Idealkanal, 26, planen ihre nächsten Schritte. Doch Simon ärgert sich darüber, dass für die Lehe und Kinder ein und dasselbe sind. Im Gespräch einigen sich die beiden darauf, das Thema Kinderkriegen vorerst beiseite zu legen. Denn auch Hardy Lütje möchte sich vorerst auf seine künftigen öffentlichen Aufgaben konzentrieren. Gegen sie wird wegen angeblicher Nutzung ihres Büros ermittelt. Doch dann kommt der Schock. Britta, Elena Mischke, 45, gibt nach einem Streit der vergangenen Tage nach und besucht mit Joe, Naya Celisenei, 13, Sam, Jason Miller, in Cuxhaven. Währenddessen kümmern sich Tina, Katja Frenzel, 49, und Silke, Anna Baddorf, 57, um Lili, Lili und Rüle Röder, und verbringen den Tag damit, an der Töpferscheibe zu arbeiten. Und es macht so viel Spaß. Rote Rosen, Kim Fischer kehrt als Taggast nach Lüneburg zurück. Nach Silkes albernem Kommentar erinnert sich Gunther, Hermann Torke. Bei Business-Kodisch Elefantsraten, Kim Fischer, 54, bessert sich seine Stimmung allerdings etwas. 70, schmerzlich andort ist tot. Obwohl sie glaubt, er sei der Hausmeister der drei Könige, beginnt sie sofort mit ihm zu flirten. Amelie, Lara Isabel Lentink, 37, erfährt, dass Ele sich zu dem Hausmeister hingezogen fühlt und verbietet Jorik, Remo Schulze. Es gibt nur ein Problem. 35, Kontakt zu der Frau aufzunehmen. Ele möchte auch mit dem Hotelbesitzer sprechen.